In den Niederlanden gab es eine McDonalds-Insel. Die Geschichte dahinter, die siehst du nach dem Intro. Liebst auch du McDonalds? Dann abonniere zu meinem wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonalds zu verpassen. Seinen Urlaub auf einer tropischen Insel zu machen, ist glaube ich der Traum vieler. Aber Urlaub auf einer McDonalds-Insel, was absolut unglaublich klingt, war 2017 in den Niederlanden möglich. Ich weiß gar nicht, warum immer alles Coole von dort her kommt. Bestellst du mal wieder bei McDonalds im Drive-In und bekommst die Frage, ob du lieber vor Ort oder auf einer tropischen Insel essen möchtest? Dann antworte ganz klar mit der Insel. Dann erhältst du Tickets für einen Helikopter, der direkt neben dir landet, dich mitnimmt, zur Küste fliegt, von wo es dort anschließend per Boot auf eine tropische Insel geht. McDonalds Good Times Island. Eine Insel mit Wasserfall und Palmen und einer McDonalds-Drohne, die deine Bestellung zu dir bringt. Wer würde nicht da gerne mal seinen Lieblingsburger essen? Oder seine Hochzeit feiern? Denn selbst das geht auf Good Times Island. Oder wie ich, einfach mal ein paar Nuggets unter Palmen gönnen. Was absolut genial klingt, war natürlich eine wunderbare Marketingaktion für McDonalds in den Niederlanden. Und wer eben Glück hatte, durfte seine Bestellung auf einer künstlich angelegten Insel essen. Eine Insel, die sich vor den Küsten Niederlandes befand. Schade nur, dass das Ganze eine zeitlich begrenzte Aktion von McDonalds war. Ich glaube, ich hätte echt gerne mal auf einer Insel McDonalds gegessen. Fast genauso kurios war in den Niederlanden der Mini-McDonalds. Die überaus spannende Geschichte, die siehst du wie immer hier oben rechts in einem Extra-Video. Und das war's auch schon mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen Big-Tastischen Tag und bis bald. Bis zum nächsten Mal.